Gut. Also, ich glaube, dieses Grizzlin ist tatsächlich gewollt. Äh, ja, wen machen wir denn dann? Machen wir diesen komischen... Ostreich, äh, Straußen. Du siehst nicht wirklich sehr aus wie ein Strauß. Eher wie ein Mann mit einem Straußenkopf und Hals. Aber ansonsten ist von deinem Körper nicht viel straußig. Moment, die können da einfach durchfahren? Na gut. Oh, jetzt ist tatsächlich eine Leiter. Moment, ist das jetzt der richtige Weg? Oder ist das jetzt ein optional Weg? Ich hoffe, es ist optional. Jetzt kann ich ja jederzeit zurück... Äh... Okay. Gut, von mir aus. Ähm... Babel! Babel! Natürlich nicht. Ich hab das Gefühl, ich bin den richtigen Weg gegangen, da hab ich direkt was gepostet. Ich geh durch? Ja. Und hier irgendwie... ...einen Sandsturm? Mhm. Was aus einem coolen Effekt kann der jetzt? Nach links drücken tut er mich nicht. Da bin ich eigentlich von ausgegangen, als ich den gesehen hab. Ah. Das war ein Sandsturmgenerator. Ich glaub ich hätte dieses Bike einfach länger benutzen sollen, um in irgendwelche Secrets zu kommen. Hm. Hm. Ich muss die Stage wahrscheinlich einfach normal machen, dann. Irgendwann komm ich zum Beispiel jetzt nicht ran. Oha. Äh... Ja. Ja. Für dieses letzte Setz an. Ich weiß nicht, ob ich da... Ich glaub nicht, dass ich da drüber bin. Irgendwann ist bestimmt wieder... ... das Bike allergisch. Nee. Ich glaube... So... Ah, find's nicht doch. Das sieht ein bisschen verdächtig aus Nein, nein, okay Poste Ich weiß nicht, was ich davon halten soll Ich schieße gerade nicht, das macht Megawain automatisch, ich kann doch nicht bewegen Ich bin markiert in den Start verhindert und jetzt muss ich mit Ausdrechter fliegen kommen Gibt es irgendeinen Sinn dafür, dass die Stage so groß ist? Ja, aber ziemlich viel am Rennen ist Aha Ist das jetzt okay, die ich kriege? Oh, Hatch So Ja, komm Äh, ist er da hinten? Ja Kann der überhaupt irgendwas? Ne, nicht wirklich Ich will ja nichts sagen, aber diese Poste sind ja noch leichter als die aus Megawain X1 Bis jetzt zumindest Habe ich irgendwie eine Easy-Version? Naja Also ich bekomme, ja, war ja klar, dass ich diese Attacke bekommen ist, Sonic Slicer Mhm Sieht eindeutig wie ein Sonic Slicer aus Mhm Sieht eindeutig wie ein Sonic Slicer aus Ja Er ist ziemlich formidabel Ich bin nicht sicher, ob Marowix kann ihn lange genug halten Ich bin nicht sicher, ob Marowix kann ihn lange genug halten Du musst ihn intervenieren Du musst ihn intervenieren Und Cain sieht ein bisschen aus wie Heidi ohne die Hauptbesteller im Hinterkörper A group of Marowix calling themselves the X-Hunters Have just contacted us Greetings We have all of Zero's parts They can be yours if you can defeat us We look forward to meet you X X Zero's control ship is still stored here I don't I don't It is possible to resurrect him without it Victor Cain I've got to get Zero's parts back At any cost Mhm Wir haben auf jeden Fall mehr Story Die Ah Oh So, jetzt sehe ich praktisch also Warte mal Die beiden Stages Okay, da habe ich nicht irgendwie Mervic verpasst Äh, Irgendwann die Typen verpasst So, dann gehen wir jetzt mal in die Stages, wo die Typen drin sind Bei der Morph-Motte Jetzt sieht auch wieder so lächerlich aus Aber es ist ein fliegender Gegner vielleicht, das ist ja tatsächlich ein bisschen gefährlicher Jetzt ist nichts So, ich hoffe doch, dass ich dann jetzt hier irgendwo in der Stage diese, diese Zusatzgegner finde, denn ich denke, gemeint, dass ich die Man sagt, da liegt noch der Kopf rum Äh, dass ich die finden soll Äh, dass ich die finden soll Gut Komm ich nicht hoch, alles klar Oh, ich kann noch überspringen Ich sehe eine niedrigere Gravitulation oder was Kann ich auf die Teile drauf oder nicht? Nein, okay Weil ich halt, naja, niedrigere Gravitation, ich werde halt angesagt von dem Ding da oben, glaube ich Ich frage mich halt, ob es da jetzt irgendein Secret oben gibt, das ich nur erreichen kann, weil ich angesagt werde Aber dazu müsste ich halt ziemlich jede Stelle überprüfen Ob ich irgendwo rüber springe Wenn, dann müsste es praktisch schon in dem Bereich sein Das sieht nicht so aus Gut, dann Ich bin halt nicht Ähm Okay Das hier Sieht verdächtig aus Moment, ist das schon wieder der, der richtige Weg? Hm? Okay So, das ist nur Das ist halt nur ein Teil, verstehe? Ich könnte mir halt solches vorstellen, dass schon wieder bei irgendeinem dieser Wende was durchgängiges ist Das hier ist auf jeden Fall eine Löhne Das hier ist auf jeden Fall eine Löhne Hurra Okay, dann helf ich Okay, dann helf ich Das ist auch nichts Ja, Minibus Ah Eine Art Virus oder was auch immer Hm Oh Was ist? Ja Was ist? Ja Was ist? Ja 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 Hat sich jetzt erst so viel zusammen gerammelt Gut Das war ja voll der Mini-Burst Das war ja voll der Mini-Burst Das sieht nach einer schwierigeren Passage aus. Oh, Futteration. Gut. Schwimmen, es gibt noch die Energie hier. Okay. Okay. Ach so, das Schild ist nur kurzfristig. So, jetzt aber. Was gibt's hier? Hat sich das jetzt gelohnt? Sieht nach einem Extraboss aus. Wahrscheinlich der Extraboss. Welcome, Axe. Your destruction is at hand. Okay. Okay. Aha. Verdammt. Okay, der ist... Der hat Ähnlichkeiten von Sigma. Auf jeden Fall. So. Okay. 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 So. Aber ich werde mich von ihm kümmern. Er ist auf jeden Fall ein sehr schneller was. Das ist wahrscheinlich das ganze Thema, warum auch Agile heißt. Aua. Mist. Ich muss ihn halt immer versuchen, mich ein bisschen im Muskel zu halten. So, auf jeden Fall fertig. I may have failed, but you will never lift to a C-Zero. Or live. Nee, eigentlich lift. You got zero, part number three. Okay. Gut, dann habe ich jetzt offensichtlich... ... den dritten besiegt. Hm. Danke für die Energie. Scheiß drauf. So... Ja... Also an die konnte ich mich halt schon überhaupt... ... überhaupt nicht mehr erinnern. Okay. Wir sollen auch stacheln. Äh... Ach so, ich werde hier nach unten gesogen. So wie ich bei dem anderen nach oben gesogen wurde. Verstehe. Deswegen fallen noch hier überall die Steine nach unten. Was soll das symbolisieren? Dann muss ich ja... ... möglichst oben bleiben. Oder auch nicht. Ähm... ... ... ... ... ... ... ... ... Ist hier da irgendwas, das ich jetzt übersehen hab? Na. Na. Da weiß ich nicht, was diese ganze Passage soll. Okay. Jetzt hätte ich hier nach oben gesaugt. Oh. Jetzt könnte ich nur noch automatisch springen. Solange das Vieh auf dem Kopf sitzt, verstehe. Ach, er tut mich praktisch steuern und ich muss probieren, um klar zu kommen. Also möchte ich es nicht von den Dingern treffen lassen. Habe ich kapiert. Es sind halt irgendwelche Viecher, die Roboter übernehmen können. Und offensichtlich schalten die Sauger auch ein und aus. Wie fällt das jemand in den Kommentaren geschrieben? Hä? Wie schaut das jemand aus? Es muss dann mit dem Sauger so und so irgendwie interagieren. Ähm. Aha. Das ist mir jetzt schon aufgefallen. Aber ich habe trotzdem noch keinen wirklichen Grund gesehen, warum ich ihn sauber untersuchen sollte. Ach ne, nicht schon wieder. Ach, Mist. Wieso ich ihn jetzt verfehle, dass sowas noch unten drückt. Das dauert so lange, bis er auftaucht. Gut. Unfortunately, gut. Oh du wärst fisch. Ich nehme mal an, dass es wieder in jeder Stage einen Herzcontainer gibt. Ich habe jetzt einen gefunden in der ersten Stage, glaube ich. Ich muss mir mal merken, in welchen ich gar nicht gefunden. Da wird sie hier z.B. noch quenk gefunden. Äh, wirklich? Wo ist die Motte? Wo willst du mir erzählen, dass das die Motte ist? Okay, ich soll einfach so agieren. Das ist wahrscheinlich der Konkong in der Motte und wenn ich ihn auf 50% habe, dann wird er wahrscheinlich ausschlüpfen. Oder so. Jetzt so. Jetzt so stopp. Gut, okay. Ich war ja jetzt nicht darauf vorbereitet, dass der Konkong auch irgendwelche Attacken hat, die so nervig sind. Aber die erste Phase war trotzdem letztendlich nicht so schwierig. Ich habe ja erst gedacht, das wäre irgendeine Untergrund-Grafik während des Files. Jetzt. So. So. Jetzt, jetzt. Oh. Jetzt schlupft er. Jetzt. Jetzt schlupft er. mich bitte hoch. Okay, der macht ziemlich viel Schaden. Das macht ihn doch gefährlicher als erwartet. Ich hab sein Muster noch nicht so durchschaut, weil ich ihn viel zu selten gesehen hab bisher. Zumindest in der zweiten Phase. Okay, ich kann mich verletzen in dieser Phase. Das geht andersrum, okay. Gut, das war's bei der ersten Phase mal wieder. Gut, ich kann eh nicht so schnell hoch, weil das Scrolling nicht mitmacht. Gut. Gut. Und auf Wiedersehen. Äh, gut, ich sollte vielleicht einfach unten bleiben. Das ist doch die klügere Methode, um den zu besiegen. Gut. Ich bekomme... ...den Silk Shot, der einfach nur so eine Art Stein ist, der explodiert. Was auch immer das mit einer Motte zu tun hat. Aber hey. Ich meine, klar, es ist ein Seidenschuss, ob man es nicht wie Seide aussieht. Hä? Abgehauen. Achso, jetzt gehen sie in andere Stages. Das war, was ich mal großartig. Vielen Dank.